Und ich begrüße dazu jetzt live in unserem Interviewstudio Rainer Will, den Geschäftsführer des Handelsverbandes. Guten Abend. Guten Abend, grüße Gott. Herr Will, wie erklären Sie sich denn den doch überraschend gemäßigten Andrang heute in den Geschäften? Also primär fehlt dem Handel die Gastronomie, da dadurch eben Aufenthaltsdauern verlängert werden. Und darüber hinaus ist Konsumpsychologie und letztendlich führt die Unsicherheit der Menschen dazu, dass man eher gezielte Käufe getätigt hat, aber keine Spontankäufe. Und das ist das Ergebnis. Das heißt, die Probleme im Handel bleiben die gleichen und 6.500 Händler sind akut existenzgefährdet. War das heute und gestern ein Symptom für Sie, dass das Weihnachtsgeschäft heuer insgesamt flau bleiben wird? Oder rechnen Sie damit, dass der Antrag in den nächsten Tagen und vor allem an den verbleibenden beiden Einkaufssamstagen stärker wird? Wir hoffen natürlich, dass weiterhin alles geordnet abläuft und sind froh, dass die Menschen sich an die Sicherheitskonzepte gehalten haben und damit einen wesentlichen Beitrag leisten. Wir rechnen aber mit einem Einbruch um mindestens 20 Prozent beim Weihnachtsgeschäft. Und daher hoffen wir, dass die Umsatzersatzraten von der Bundesregierung nun auch auf die Konten der Händler gehen. Denn die doppelten Gehälter waren fällig, aber auch die Mieten und auch die Waren, die angekauft worden sind. Und all die Hilfen sind leider noch ausständig. Daher ist da großer Handlungsbedarf gegeben. Die Wirtschaftskammer fordert ja seit Wochen, auch die beiden Sonntage vor Weihnachten noch aufzusperren. Würde das was bringen? Wir sehen als überparteiliche und unabhängige Interessenvertretung die Sozialpartnereinigung für die Entzerrung der Einkaufstage mit dem 9 bis 10 Uhr und von 18 bis 19 Uhr heute in der Praxis eher skeptisch, weil viele Menschen nicht mehr zugegen waren und damit eigentlich kaum was los war. Und die Arbeitskosten aber weiterhin steigen. Und die Sonntage sollten zum einen freiwillig sein für die Mitarbeiter und auch freiwillig für die Händler. Denn in Shoppingcentern fallen Penalzahlungen an, wenn man offen halten muss. Und die Mitarbeiter erhalten ja auch verdienterweise zusätzliche Zuschläge. Und daher sollte es in jeder Hinsicht auf Freiwilligkeit basieren, weil es schwerpunktmäßig Umsatzumverteilungen sein werden. Der Verband der Shoppingcenter fordert laut morgiger Presse, dass die ersten beiden Samstage im Jänner, dass an denen die Öffnungszeiten verlängert werden, weil man da mit besonderem Andrang rechnet, weil da vielleicht Weihnachtsgeschenke, die aus Geldscheinen bestehen oder aus Gutscheinen bestehen, wirklich erst eingelöst werden. An sich ist es sicherlich mit Augenmaß zu entscheiden. Aber es muss auch bei der Händlerschaft auf Freiwilligkeit abgestellt werden. Denn von der Shoppingcenter-Seite wird es dann meistens vorgegeben. Und da ist das kurzfristig wichtig, dass jetzt die Hilfen ankommen. Und mittelfristig ist Steuergerechtigkeit wichtig. Denn es kann auch nicht sein, dass während wir hier über ein paar Tage diskutieren, Amazon im letzten Jahr 32 Milliarden Umsatz macht in Europa. Und die EU-Finanzminister 300 Millionen Steuergutschrift zugestehen. Daher müssen wir uns auch über die Mittelfristthemen unterhalten. Kurzfristig können ein paar Stunden was helfen, aber eben auf Freiwilligkeit. Letzte Frage noch. Wir haben es vorhin gehört. In Deutschland fordern jetzt die Gesundheitsexperten und auch Ökonomen einen harten Lockdown ab Weihnachten, wenn man jetzt schon absehen kann, dass nach den ganzen Familientreffen in den Feiertagen die Infektionen wieder massiv ansteigen werden. Erwarten Sie auch in Österreich nach den Feiertagen oder im Jänner oder Februar nochmal einen harten Lockdown? Wir hoffen es nicht. Pro Woche verliert dadurch der Handel eine Milliarde. Und ich kann nur sagen, dass 600.000 Arbeitsplätze am Spiel stehen. Jetzt gilt es, die durch die Krise zu bringen. Aber der Handel war immer Partner der Politik, auch in der Umsetzung der Hygienemaßnahmen. Und wir werden weiterhin dafür kämpfen, dass wir nachhaltig gemeinsam die Kollateralschäden eindämmen. Und dafür braucht es eben jetzt rasche Hilfen. Wir haben auch einen höheren Deckel als die 800.000 für mittelständische, beschäftigungsintensive Unternehmen. Wir hoffen, dass wir auch im Januar und im Februar für die Menschen da sein können mit Beratung und Qualitätsprodukten in Österreich. Herr Will, vielen Dank für den Besuch und guten Abend. Danke.